Liebe Gäste des Roten Platzes, es lohnt sich schon, auf die Wahlentscheidung in der Sozialdemokratie einmal drauf zu blicken. Man kann seine Wünsche artikulieren, das könnte ich auch, da könnte man eine ganze Sendung draus machen, was ich mir wünschen würde von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, was für eine Politik sie betreiben sollten. Danach geht es nicht, sondern sich nüchtern anzuschauen, was ist und was könnte draus werden. Die personelle Übersetzung des Elendes der Sozialdemokratie in Europa, in Deutschland, in Großbritannien, aber auch in anderen europäischen Ländern hat Namen. Also, Gerhard Schröder und Tony Blair, das war das Einschwenken der Sozialdemokratie auf einen durch und durch neoliberalen Kurs inklusive der Teilhabe an Kriegen. Schröder und Blair, das ist das Markenzeichen für den Krieg gegen Jugoslawien. Das war das Markenzeichen des Krieges, der Kriege im Nahen Osten. Das ist doch nicht vergessen. Und wer sagt, schauen wir mal nach vorne? Ja, ich möchte gerne nach vorne schauen. Ich lese die sozialen, die gesellschaftspolitischen Forderungen des neuen SPD-Spitzendugos. Gefällt mir. Wenn man so einen blöden Smiley oder was man da immer machen würde, würde ich drunter setzen. Gefällt mir. Und dann kommt die Frage, wie kann man das finanzieren? Wie kann man das durchsetzen? Butter und Kanonen. Zusammen kriegt man nicht. Nicht. Weder in Deutschland noch in Großbritannien. Leber kann die Wahlen gewinnen. Mit einem sehr konsequenten Antikriegsprogramm. Mit der Modernisierung der Atomwaffen gewinnt man keine Wahlen. Bojans und Esken können eine andere sozialdemokratische Politik endlich einleiten. Schaut doch mal auf euer Vorgänger. Schaut doch mal auf Willy Brandt. Er hat mit einer anderen Außenpolitik, mit einer guten Nachbarschaftspolitik zu Russland gravierend Politik, Gesellschaft verändern. Warum sich nicht daran orientieren? Es muss ja nicht immer Schröder und Blair sein, an dem man sich dann orientiert. Ich sehe das noch nicht bei der Sozialdemokratie. Ich freue mich über viele soziale, gesellschaftspolitische Punkte. Sage aber zugleich ohne Abrüstung. Ohne eine kategorische Streichen, damit kann man ja wenigstens mal anfangen, dieser sogenannten schwarzen Null, der zwei Prozent, werdet ihr nicht eure Vorstellungen, eure Wünsche, was das Soziale angeht, umsetzen können. Also, was kann die Linke dazu tun? Die Linke kann erst mal dazu beitragen, indem sie konsequent bei ihren Positionen bleibt, die wir heute dringend denn je brauchen. Nein zur NATO? Mit einer NATO, ja, wird man nicht die Politik in Deutschland verändern können. Weder wir noch die Sozialdemokratie. Wie ist denn das? Man kann doch mal drüber reden, ob es nicht bessere Systeme als die NATO gibt. Man kann doch mal drüber reden, wie man wieder zur guten Nachbarschaft zu Russland kommt. Man kann doch mal drüber reden, wie Ausabrüstung in Deutschland, in Europa aussehen kann. Deswegen für die Linke gut beratend mit einem klaren Nein zur NATO. Mit militanten Aktionen gegen die Großmanöver an der russischen Westgrenze. Militant heißt auch blockieren. Ich will nicht, dass aus Deutschland wieder Panzer rollen, die Westgrenze der Russland. Kann man viel erreichen. Also, wenn es ein Bündnis mit der Friedensbewegung geben könnte, wäre das ein Fortschritt. Das heißt, man braucht aber auch fortschrittliche Inhalte, weil nur mit anderen Personen ist hier nichts zu machen. Die Enttäuschung über die Sozialdemokratie steckt so tief in Deutschland zurecht, dass man mit einem personellen Wechsel, der nicht unwichtig ist, alleine nichts gewinnen kann. Aber die neue Leitung der SPD wird sich behaupten müssen gegen Olaf Scholz, gegen die Bundestagsfraktion. Das ist ein bisschen komisch. Mein Eindruck ist, dass die Linke von der Bundestagsfraktion mehr linke Position hat, als sie derzeit vom Parteivorstand präsentiert werden. Das ist auch geschichtlich mal interessant, dass es mal ein bisschen anders herum geht. Jeremy Corbyn hat nur eine Chance, wenn er sich gegen die Fraktion durchsetzt. Also, Schröder und seine Gang hat die SPD in die Kürze gehauen. Es konnte keiner erwarten, dass mit Olaf Scholz die SPD zurückkehrt auf die politische Bühne. Und wenn man sieht, wie fast alle führenden Sozialdemokraten, führenden Christdemokraten bei den SPD-Wahlen sich hinter Olaf Scholz versammelt haben, war völlig klar, die werden alles tun, um die jetzige Regierungsmannschaft zusammenzuhalten. Olaf Scholz kenne ich ganz lange, aus meinen Hamburger Zeiten. Scholz war typisch immer für links-linken-rechts-abbiegen. Das war die, angeblich gehörte er zur Stamokap-Linke, die sich mit dem staatsmonopolistischen Kapitalismus auseinandergesetzt hat. Tatsächlich ist er so schnell nach rechts weggedriftet, mit einer Art und Weise, eine sehr holzschnittsartige Politik zu betreiben. Wer geglaubt hat, dass man mit Olaf Scholz als SPD-Wahlen gewinnen kann, mit einem politischen Kurswechsel, der musste sich einen Zettel schreiben. Es kommt alles nicht anders, wie es ist, sondern es bleibt so. Scholz, die Seeheimer, bis hin zu Pseudo-Linken aus der SPD, wie Hubertus Heil, die haben alle auf die Beibehaltung der jetzigen Politik gesetzt. Scholz ist es nicht geworden. Muss nicht ein Vizekanzler, der noch nicht mal geschafft hat, in seiner Partei gewählt zu werden, zurücktreten? Eigentlich ja. Ich schluck da ein bisschen bei, weil das ist ja immer die Frage, und das ist in deinem Umfeld, müssen nicht Parteivorsitzende wie Katja Kipping, Bernd Rixinger, die mehrere Wahlen krachend vergreicht haben, zurücktreten? Also wenn ich den Scholz anmahne und sage, schafft Glaubwürdigkeit, tritt zurück, dann muss ich auch die Vorsitzenden meiner Partei anmahnen, Katja Kipping und Bernd Rixinger, hört auf, jetzt über neue Regierungskonstellationen zu reden, sondern schafft Glaubwürdigkeit, indem er den Raum auf der Spitze der Linken freimacht, dass man endlich zu einer linken Politik kommt. Also, es bewegt sich viel. Es kann sich viel bewegen. Eine andere SPD in Deutschland, vielleicht rückgekehrt auf die Spuren von Willy Brandt, was ich noch nicht sehe, von rückgekehrt auf die Spuren von Oskar Lafontaine will ich gar nicht reden, Veränderungen in Großbritannien. Die europäische SPD, Sozialdemokraten werden begreifen müssen, sie stehen an der Grenze des vollständigen Untergangs. Und der vollständige Untergang kann nicht nur mit anderen Personen, sondern muss mit einer anderen Politik bekämpft werden. Darum geht es heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017